Und ich will euch allen mal ein herzliches Danke sagen, dass ihr da seid, weil ich glaube, die meisten sind nicht gekommen, weil es Regen angesagt wurde, aber nein, wir haben noch keinen Regen. Gott sei Dank, man hat uns lieb. Und was ich auch noch loswerden will, vor allem ist, ich will schon seit 2014 hier, aha, ich finde es auf jeden Fall super, dass wir alle da sind, also es ist einfach super, dass wir immer wieder dieselben Leute sehen, die wirklich Montag für Montag da sind und ab und zu kommt immer ein neues Gesicht dazu, das ist dann wieder häufiger da, ab und zu hat mal ein bisschen mehr zu tun, ist mal ein paar Monate wieder nicht da, aber es sind immer genug Leute da, dass man sagen kann, hey, wir können ein Zelt aufbauen. Und auch ein Applaus an die Leute, die sich überhaupt um die Technik und das Ganze kommen, die die Videos hochladen, generell einmal ein Danke und ein kleiner Applaus an die ganzen Leute, die das ganze Emotik für Montag möglich machen, egal wie viele Leute da sind, das muss man auch mal sagen. Und ein Danke an das Leckere ist, das ist wirklich super. Ja, außer groß Danke und ich freue mich, dass ich hier bin, kann ich jetzt eigentlich nicht mehr sagen, weil es ist eigentlich schon alles gesagt worden, und ich freue mich vor allem auch auf den Sommer, wenn es dann wieder wärmer ist und wo wir wirklich länger da sein können, wo wir auch dann bis am Abend wieder sitzen können und reden können. Da freue ich mich eigentlich am allermeisten. Danke. Tschüss.